ARD Text im Auftrag von Funk Mein Beileid Danke Waren das alles Verwandte? Nee Das ist total schwer Ich meine Das ist total schwer Ein Elternteil zu verlieren Nicht wahr? Ich wäre jetzt gerne allein Welchen Teil von ich wäre jetzt gerne allein haben Sie nicht verstanden? Sophie Magdalena Schäfer Geborene Frank Floristin Zweimal verheiratet Alkoholikerin Seit 17 Jahren Gestorben an einer Leberzirrhose Zwei Töchter Fritzi Schäfer 21 Und Theresa Schwarz 23 Aber was willst du von mir? Sophie war meine Mutter Ich bin deine Schwester Also Deine Halbschwester Raus 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 Du sollst gehen Verpiss dich Bist du gescheuert? Bist du völlig behämmert? Du kommst mir her und sagst mir, dass du meine Schwester bist? Bist du Bist du die Scheiße? Wer bist du? Es tut mir leid Es tut mir leid Entschuldige Was? Was? Was tut dir leid Dass du am Tag der Beerdigung meiner Mutter hierher kommst Und sagst, dass sie noch ein Kind hatte? Dass du völlig pietätlos bist? Dass du überhaupt existierst? Woher kommst du denn du? Aus Leipzig Studierst du irgendwas? Medizin im vierten Semester Willst du jetzt in Berlin bleiben? Weiß nicht Was bist du denn für ein Sternzeichen? Fisch Februar, hm? März Isst du gern Schokolade? Schokolade Weiß nicht ống wief Okay! Musik Untertitelung des ZDF, 2020